ok wir machen das besondere ende von 25 also letzte ich glaube theoretisch müsste es hier eine errungenschaft geben aber wir werden sehen also wenn er das klassische ende fertig habt geht ihr auf das besondere ende und ja gut ich kann das mittlerweile skippen ich habe mir das angeschaut ok und hier wird es recht interessant wir machen das mal so dann machen wir das so 8 macht das so jetzt wird es spannend glaube ich die sechs die vier wir haben noch zwei züge das gefällt mir irgendwie nicht sechs dürfen wir nicht reinpacken die fünf reinpacken aber noch einen ja und hier ist es theoretisch glaube ich völlig egal was wir bekommen wir sollten es geschafft haben so ist es ok so könnte man das ganze lösen und ich bin echt gespannt ob ich jetzt irgendeine raum schafft regeln ja das wie gesagt der letzte schnitt ist den wir noch haben ok ja für die errungenschaft packe ich euch alle einzelnen sachen die erfüllen müsst in die beschreibung vom video dort könnt ihr schauen was es damit auf sich hat was wir alles dafür machen müsst es ist klar es sind einfach nur alle klassischen enden und die besonderen enden müssen wir alle einmal gemacht haben dann bekommen wir diese errungenschaft wie gesagt die videos dazu packe ich euch in die beschreibung gut ist ok kann man so machen ich danke euch fürs zuschauen sage tschau tschau bis zum nächsten mal